Ja, gerade eben quasi vor 48 Stunden, da gab es noch ein paar Schneeflocken und jetzt wird es immer wärmer bei uns in Deutschland. Der Frühling nimmt an Fahrt auf. Hier und da wird sogar schon über einen März-Sommer spekuliert mit bis zu 25 Grad. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber tatsächlich, es wird deutlich wärmer in den nächsten Tagen. Der März-Winter auf jeden Fall ist weit und breit nicht in Sicht. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Wir schauen erst mal auf die aktuelle Bilanz im März 2023. 3,1 Grad Celsius, leicht zu warm, 0,7 Grad sind die ersten 16 Tage über dem Klimamittel drüber. Und wir schauen auf die Regensummen, ganz frisch berechnet bis nächsten Freitag. Und da kommt teilweise kaum noch was vom Himmel runter, besonders hier im süddeutschen Raum und hier im Südosten. Aber auch im Osten gerade mal 5, 6, 7 Liter Regen pro Quadratmeter, etwas nasser nach Norden hin. Und auch hier im Westen und Nordwesten, da können es teilweise 10 bis 20 oder auch mal bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter sein. So zumindest die Prognose vom amerikanischen Modell. Wir schauen weiter auf das europäische Wettermodell. Das macht auch nicht wirklich viel mehr Regen, besonders hier im Osten und im Süden recht wenig. Auch hier ein Streifen Richtung Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, der Süden davon. Da kommt kaum was runter. Insgesamt also eine recht milde Wetterwoche, die da ansteht. Und ab und zu gibt es hier und da auch mal ein paar Regenschauer. Ja und die Frühlingswärme, die kommt, die ist ja auch schon da und die strömt auch nächste Woche. Das ist die Karte für Donnerstag nächste Woche. Die strömt auch nächste Woche weiterhin hier aus Südwesteuropa bis zu uns nach Deutschland. Aber wir sehen auch hier in Nordeuropa, da kommt immer wieder so ein bisschen kühle Luft zu uns reingesuppt nach Norddeutschland. Wir befinden uns eben genau im Übergangsbereich zwischen der kalten Winterluft und der schon sehr warmen Luft hier aus dem Mittelmeerraum. Ein Kampf zwischen erster Sommerluft und den Resten der Winterluft. Aber in der nächsten Woche bleibt es eher frühlingshaft mild. Die Temperaturen überall am Tag im zweistelligen Bereich. Ein Blick auf die Wetterkarte vom heutigen Freitag zeigt uns, hier kommen jetzt die warmen Luftmassen aus Südwesteuropa, auch bei uns in Deutschland an. Und das zeigt auch die heutige Karte für den Freitag. Höchsttemperaturen nördlich der Mainlinie so 11 bis 15 Grad entlang des Mains und südlich davon so 15 bis 21 Grad am Oberrhein teilweise. Aber es sind auch viele Wolken unterwegs, vor allem hier im Norden und Osten. Im Süden lockern die Wolken immer wieder mal auf. Insgesamt sollte es trocken bleiben, vielleicht hier Richtung Nordseeküste mal ein paar Spritzer Regen. In der kommenden Nacht dann zum Samstag überwiegend frostfrei, aber viele Wolken, Regenwolken sind das teilweise hier aus Westen. Und die Temperaturen, die gehen auf 8 bis 5 Grad zurück. Zum Samstag insgesamt durchwachsen nach Norden viele Wolken, auch mal ein paar Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturspanne, die reicht von 14 Grad hier im Nordosten bis hin zu 20 Grad am Oberrhein. Voll frühlingshafte Temperaturen sind das wohlgemerkt und auch der Sonntag bleibt relativ warm. Temperaturen 15 bis 18 Grad, im Südosten mit 13 Grad etwas kühler. Aber es ziehen immer wieder viele Wolken vorüber, teilweise fällt Regen. Es werden nicht die extremen Regenmengen sein, aber es wird eben ab und zu mal nass werden. So ein bisschen Aprilwetter, hier und da ist da mal ein Regenschauer mit dabei. Der Blick in die nächste Woche hinein. Wir schauen uns mal die ganze Woche komplett an. Da tut sich eigentlich relativ wenig. Es passiert nichts am Montag. Viele Wolken im Norden, im Süden Sonnenschein. Temperaturen so 9 bis 13 Grad im Norden und so 15 bis 17 Grad nach Süden hin. Und auch der Dienstag relativ entspannt. Ruhiges Wetter, Frühlingswetter zumindest von den Temperaturen her. Nur die Sonne, die muss oft immer noch ziemlich kämpfen, weil eben Wolken unterwegs sind. Aber besonders nach Süden ist es auch mal längere Zeit freundlich. Und die Tageshöchsttemperaturen, die erreichen am Dienstag plus 13 bis plus 18 Grad. Und auch der Mittwoch bleibt sehr mild. Die Temperaturspanne reicht von 10 Grad im Norden bis 18 Grad im Süden. Mittendrin dichte Wolken. Vor allem hier nach Osten und nach Norden hin Regenwolken. Da wird es zeitweise nass werden, etwas durchwachsen. Mild und nass, das heißt perfektes Wachstumswetter für die Natur. Und auch der Donnerstag insgesamt relativ wechselhaft nach Norden hin. Mal Sonnenschein, mal ein paar Regenschauer. Im Süden am freundlichsten hier 18 bis 21 Grad. Ansonsten 12 bis 15 Grad im Osten. Ähnliche Temperaturen auch im Norden und Richtung Nordsee sowie Ostseeküste. Der Blick auf den Freitag, da könnte es noch wärmer werden. Im Süden des Landes 22, 23 Grad. Vielleicht sogar 24 Grad. Ob es die 25 Grad werden, wie hier und da zu lesen, ist ein bisschen unsicher. Aber immerhin, es geht schon Richtung März, Sommer. Wer hätte das noch gedacht vor zwei Wochen? Und siehe da, auch im Norden muss man nicht wirklich frieren. 14, 15, 16 Grad. Nur hier an der Nordseeküste, da bleibt es ein bisschen kühler. Wie eben gezeigt, da suppt immer so ein bisschen kältere Luft von Norden rein. Hier bleibt es auch wechselhafter mit etwas Regen. Und im Südwesten ist Blitz und Donner mit dabei. Der Blick auf das nächste Wochenende, etwas kühler zum Sonntag, 10 bis 15 Grad. Der Samstag 14 bis 19 Grad. Aber viele Wolken, immer wieder mal Regen. Und der Montag wieder deutlich wärmer, 16 bis 24 Grad. Fast schon wieder frühsommerliche Temperaturen im Süden des Landes. Also Winterwetter ist da keins mehr zu sehen. Das zeigt auch hier der Blick auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland. Mittlerweile geht es sogar schon bis zum 2. April. Und da sehen wir eigentlich kaum noch irgendwelche Läufe hier im Frostbereich. Es bleibt mild, um die 15, 16, 17 Grad. Zwar so Richtung April starten, ein bisschen kühler. Aber auch hier kein drastischer Wintereinbruch. Ab und zu fällt mal ein bisschen Regen. Wir schauen nach Westdeutschland, auch hier auf die 2 Meter Temperatur. Und da sieht man, zum Monatswechsel ist der Hauptlauf heute ein ganz warmer Ausreißer. Geht hier auf 22, 23 Grad rauf. Aber das Mittel bleibt meist so 13, 14 Grad auf dieser Höhenlage. Und wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier ist der Hauptlauf nach hinten raus. Ein sehr warmer Ausreißer. Das Mittel liegt hinten so bei 10 bis 15 Grad. In den kommenden Tagen bei 15 bis 16, 17 Grad. Ab und zu fällt später ab dem 25. März auch mal ein bisschen Regen. Viel wird es aber nicht sein. Und wir schauen nach Süddeutschland. Hier das Gleiche. Wir haben Temperaturen in den kommenden Tagen um 15, 16, 17 Grad. Später bis zu 20 Grad. Danach ein bisschen kühler, wobei es da Diskrepanzen gibt. Der Hauptlauf ganz hier oben 22, 23 Grad. Das Mittel bleibt aber 12, 13, 14 Grad stecken. Ab und zu etwas Regen. Und wir schauen in die Landesmitte hinein. Auch hier erst mal relativ mildes Frühlingswetter in den nächsten 7 bis 10 Tagen. Temperaturen 15 bis 18 oder auch mal 19 Grad. Später zum Monatswechsel etwas kühler. Bei Mittel zumindest. Und hier der Hauptlauf auch oben mit dabei. Knapp bei 20 Grad. Und viel Regen ist auch hier erst mal nicht zu erwarten. Ja und die Monatsprognosen April und Mai, wir hatten es hier schon gesagt, sind komplett gekippt. Wir hatten hier die alte Prognose mal rausgekramt. Das war der Stand der Daten vom 5 bis 14. Februar. Und diese Daten hatten damals gesagt, naja, es wird maximal ein 0,5 bis 1 Grad zu milder April werden. Im Westen sogar völlig normal temperiert. Das war die alte Prognose. Und das hier ist jetzt die neue Prognose. Der April flächendeckend bei uns in Deutschland. 1 bis 2 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Übrigens, diese Prognose hatte Noah schon im Winter herausgebracht, dass der April sehr warm werden soll. Und auch der Mai ist da mal kurz zurückgerudert, um jetzt wieder dahin zu rudern, wo sie eigentlich von Anfang an gewesen ist, die Prognose. Und wir schauen auf die alte Prognose vom Mai 2023. Ebenfalls die erste Februarhälfte als Berechnungsgrundlage. Da hatten wir so 0,5 bis 1 Grad zu warm den Mai berechnet. Und jetzt die neueste Mai-Prognose haut auch nochmal einen oben drauf. 1 bis 2 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Wir stellen also fest, das Ganze hat sich einmal komplett wieder gewandelt. Zurück zum Anfangsstatus. War ja auch im März so gewesen. Auch der März hätte erst zu warm werden sollen. Dann wurde es ein bisschen kühler. Noah hatte Panik. Oh, oh, oh. Hat schnell nach unten gerechnet, um jetzt wieder nach oben zu rechnen, weil eben die zweite März-Hälfte sehr warm wird. Wahrscheinlich sogar schon mit fast schon frühsommerlichen Temperaturen. Wer hätte es gedacht? Tschüss, bis bald. Musik 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 fuego